Was ist die Vanille-Eiskugel? Und plötzlich ist daraus Erdbeereis geworden. Gibt's ja gar nicht, sagen Sie. Na klar, da haben Sie recht. Aber ich bin auch kein Eisexperte, sondern ich bin Physiker und möchte Ihnen etwas über Neutrinos erzählen. Neutrinos, das sind Elementarteilchen, also Grundbausteine unserer Materie. Und sie verhalten sich im Grunde wie diese Eiskugeln, von denen ich eben erzählt habe, denn sie können sich ineinander umwandeln. Diese Umwandlung macht sie für uns Physiker zu etwas ganz Besonderem, denn das ist nur möglich, wenn Neutrinos eine Masse haben. Und lange war man in der Physik im Gegenteil davon überzeugt, dass Neutrinos keine Masse hätten. Deswegen war die Entdeckung der Neutrinomasse eine Sensation, für die es 2015 sogar den Physik-Nobelpreis gab. Trotzdem kennen wir bis heute nicht die tatsächliche Masse der Neutrinos. Das liegt auch daran, dass Neutrinos nur sehr selten mit ihrer Umgebung wechselwirken, also auch nur sehr selten von unseren Messgeräten erfasst werden können. Um die Neutrinomasse nun tatsächlich sozusagen zu wiegen, bauen wir in Karlsruhe das 70 Meter lange Katrin-Experiment auf. Eine ziemlich komplexe Anlage mit vielen Herausforderungen, über die sich ganze Doktorarbeiten schreiben lassen. Zum Beispiel meine eigene, in der ich mich damit befasse, wie wir die Katrin-Messungen reibungslos ablaufen lassen können. Bevor ich Ihnen das aber erkläre, fangen wir erstmal an, uns das Messprinzip von Katrin anzuschauen. Beginnen wir in unserer Tritiumquelle. Tritium ist eine radioaktive Version von Wasserstoff. Und wir stellen das hier mal durch diese grüne Knetkugel dar. Wenn ein Tritiumatom zerfällt, entstehen immer ein Neutrino und ein Elektron. Der Rest bleibt als elektrisch geladenes Ion zurück. Außerdem wird bei dem Zerfall energiefrei, die sich als Bewegungsenergie auf das Elektron und das Neutrino verteilt. Praktischerweise hängt diese Verteilung von der Neutrinomasse ab. Anstatt die schwerfassbaren Neutrinos zu untersuchen, müssen wir deswegen nur die Bewegungsenergie der Elektronen ganz genau messen. Die Elektronen aus der Tritiumquelle werden mit einem starken Magnetfeld bis zum Ende des Katrinaufbaus geführt. Und dort zählen wir eigentlich nur, wie viele von ihnen eintreffen. Zur Messung der Elektronenergie dient dazwischen das gewaltige Hauptspektrometer. Dessen elektrisches Feld stößt die Elektronen ab, die nicht eine gewisse Mindestenergie besitzen. Indem wir die Spannung des Hauptspektrometers schrittweise verändern, können wir die Energieverteilung der Elektronen abtasten. In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit den Ionen, den Überresten des Tritiumzerfalls. Auch sie werden vom magnetischen Feld geführt. Aber weil das Spektrometer auf negativer Spannung liegt, kann es die positiv geladenen Ionen nicht abstoßen, sondern zieht sie sogar an. Wenn die Ionen dann im Spektrometer zerfallen würden, würden Elektronen entstehen, die unsere Messungen empfindlich stören würden. Eine solche Störung müssen wir unbedingt vermeiden. Deswegen kümmern wir uns zwischen der Quelle und dem Spektrometer um das Aufhalten und Beseitigen der Ionen. Mit einem positiv geladenen Metallring erzeugen wir ein elektrisches Feld, das die Ionen abstößt und sie daran hindert, ins Spektrometer zu fliegen. Die Ionen sind nun allerdings gespeichert und würden zu neuen, wirklich unberechenbaren Problemen führen. Deswegen beseitigen wir die Ionen mit diesen metallischen Halbschalen endgültig. Sie erzeugen ein gerichtetes elektrisches Feld, das zusammen mit dem starken Magnetfeld die Ionen zur Seite driften lässt, während sie hindurch fliegen. Sobald die Ionen auf elektrisch leitendes Metall treffen, werden sie neutralisiert. Auf diese Weise können wir die Ionen aus der Tritiumquelle aufhalten, beseitigen und vor allen Dingen sicherstellen, dass wir ungestört nach der Neutrinemasse suchen können. Ionen sind allerdings nicht die einzige Herausforderung beim Katrin-Experiment gewesen und so hat es insgesamt 17 Jahre bis zu seiner Fertigstellung gedauert. Aber dieses Jahr ist es soweit. Am 11. Juni wird das Katrin-Experiment offiziell eingeweiht und wir können mit der Suche nach der Neutrinomasse beginnen. Amen. 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 Vielen Dank.